Jetzt die letzte Passage, die wir aufschlagen. 2. Petrus 3, Vers 11. 2. Petrus 3, Vers 11, das ist die letzte Passage, die wir aufschlagen heute. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? 2. Petrus 3, Vers 12. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegenhalt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist, was wir erwarten, neue Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Du kannst Deutschland nicht wirklich reparieren. Kommt klar damit. Ich bin mir sicher, dass du eine gute Absicht hast. Ja, du willst Deutschland reparieren, aber es wird nicht funktionieren. Das Einzige, was du hier, wenn du dich wirklich einsetzen willst für Deutschland, dann geh Seelen gewinnen, dann rette Menschen. Und wähle nicht die AfD. Wenn du die Wahl hast zwischen AfD und den Grünen, dann hast du die Wahl zu...